Dort ist jetzt bald der Assisted Suicide for Mentally Ill erlaubt. Oh, das ist, ja, okay. Ne, aber das ist... Nein. Naja, aber das ist ja hier privat, das will ja keiner hören. Die Leute wollen lieber hören, wie wir sagen, oh, heute in den Nachrichten, da sind Dinge passiert. Oh, Salmonellen überall, im ganzen Körper. Wo denn eigentlich? Bei Kindern. Echt? Ne, bei Kinder. Der Marke Kinder. Ach so, geil. Ja. Das ist ja sehr interessant, da reden wir sofort drüber, denn das machen wir hier, Hobby zum Beruf gemacht oder sowas. Wir sind Brenn.internet. Ich hab's gar nicht gespeichert, glaube ich, aber das müsste Kinder gewesen sein. Hier steht jetzt Ferrero. Ja, hallo erstmal. Ja, das wäre jetzt hier meine Einmoderation. Tut mir leid. Also, ein saftiges Aloha von der Datenautobahn. Liebste Leute, die hier zu am Hören sind. Das ist ja ganz toll, dass ihr hier eingeschaltet habt. Es ist Sonntag, wir haben es mal geschafft, eine reguläre Ausgabe aufzunehmen. Eine Aufgabe auszunehmen. Mhm. Und das passt zu Bucher slash Butcher. Butcher, ja. Eine Aufgabe auszunehmen. Die Leute geben auf und werden ausgenommen. Kommen wir auch später zu. Wow, war das eine bunte, freudige Woche, du. Ei, 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 ei. Ja, sehr bunt. Ja, Triggerwarnung. Wir machen vielleicht den einen oder anderen Gag, damit solche Nachrichten auch irgendwie ein bisschen eleganter rausflutschen. Damit sie erträglicher werden. Genau. Wir sind das Abführmittel der Nachrichtenszene. Kronkewitz und Tonkewitz sitzen hier. Sehr schön. Hallo. Vor dem Mikrofon. Robin, wie geht es dir heute? Mir geht es besser als gestern, als wir den Hörerwunsch aufgenommen haben, der auf YouTube erscheint am Mittwoch, auf Spotify und so schon zu hören ist. Ja, die Sonne scheint, das ist gerade schön. Du hast Frühjahrsputz gemacht, ne? Naja, geht, ja. Ich wollte einen analogen Frühjahrsputz machen und es ist eher ein digitaler Frühjahrsputz gekommen. Zur Zeiten vor Corona kein Problem. Ja. Ist halt so. Ich bin froh, dass ich es gemacht habe. Ja. Einmal da durchgequillt durch die ganze Scheiße, die Ordnung wieder drin, Festplatten und so, genau. Ja, und dir, Tino, hä? Ich habe voll gut geschlafen zum ersten Mal wieder seit langer Zeit. Ich habe mich ins Bett gelegt gestern, ich war auch erst spät im Bett, aber so um zwei oder so. Und habe acht Stunden geschlafen und mir geht es gut. Und ich habe keinen, ich habe ja sonst jeden Morgen Hals kratzen, jeden Morgen, mein Leben lang immer Hals kratzen. Heute Morgen gar nicht. Und ich bin echt wach. Also ich bin ein bisschen noch schlaftrunken, weil ich einfach irgendwie mitten aus dem Traum rausgeholt worden bin. Also es gab jetzt nicht so eine coole Aufwachphase. Aber abgesehen davon bin ich voll fit und habe voll Bock drauf heute auf den schönen Tag, wenn die Sonne scheint. Ich fahre noch nach Jena heute, jemanden besuchen. Voll Bock auf den Tag. Geil. Geil. Und der Hörerwunsch ist zum Thema Weimar. Um das gleich mal vorwegzunehmen, hat sich der liebe Server-Test gewünscht, der lange drauf warten musste. Es gibt ein paar Überschneidungen zum anderen Weimar-Podcast. Da ging es ja so ein bisschen um Geheimtipps, Orte und so. Aber aktuell reden wir auch über andere Dinge wie Orte. Nee, aber hauptsächlich reden wir über Personen und eventuell so auch abgefuckte Geschichten, Events. Ich habe ihn genannt Weimar und seine abgefucktesten Personen oder irgendwie sowas. Auch eine Sexgeschichte von dir ist zu hören, die etwas mit Honig zu tun hat, im weitesten Sinne und Stacheln. Ja, war gut. Im weitesten Sinne. War sehr gut. Du hast schon angesprochen, Salmonellen. Der Hashtag Salmonellen ist gerade ganz groß auf Twitter zu sehen. Und was steckt dahinter? Und zwar geht es nicht um Kinder, sondern um Kinder, die Firma eingetragenes Markendings. Ich lese mal ganz kurz vor. Der Salmonellen-Verdacht im Hause Ferrero hat eine neue Dimension angenommen. 3D. Ja, jetzt ist es 3D. Auch greifbar. Im Dezember 2021 ist Ferrero ein Salmonellen-Fall in jener Fabrik im belgischen Arion bekannt geworden, die seit einigen Tagen im Fokus der Lebensmittelbehörden steht. Nun wird aufgrund der Salmonellen-Fälle ein gesamtes Werk des Süßwarenherstellers geschlossen. Und es wurden tatsächlich Sachen zurückgerufen auch von irgendwelchen Chargen von Kinderprodukten, die man nicht essen sollte. Das ist schon eklig. Wenn wir gerade dabei sind, können wir auch in China die Kinderfabriken schließen. Die haben keine Salmonellen. Ach so, Mist. Die haben nur trauernde kleine Dreckwenster. Und Kindergärten können wir auch direkt schließen. Oder bombardieren, wie in der Ukraine. Auch, ja. Ja, aber wenn es um Salmonellen geht, bei Kinderschokolade, da hört es auf. Da hört es Spaß auf für dich. Isst du Kinderschokolade? Ich muss gerade mal gegengogeln, was da so alles enthalten ist. Ich wollte es gerade sagen. Ich glaube nicht so viel. Was macht ein Ferrero? Die machen auf jeden Fall diese Kinderschokolade. Nein, ach so. Aber das ist ja noch nur Unterdings. Das ist ja nicht nur die eine Kinderschokolade mit diesem hässlichen Gesicht drauf. Ne, die haben vieles. Ich gucke mal bei Google. Warte mal, verwechsel ich das gerade mit Zwieback? Bueno zum Beispiel. Hat die Kinderschokolade nicht auch so ein hässliches? Ja, genau. So ein hässliches Dreckvieh. Oh, die sind jetzt divers. Genau. Ich will nichts gesagt haben. Mit demaligen Fußballern auch drauf. Da gab es auch dann Proteste von irgendwelchen Rechten. Warum da auch Schwarze drauf sein müssen. Wie es halt so ist. Ja, aber das meinte ich. So kannte ich die noch. Die gute alte arische Kinderschokolade. Auch schon modern. Es gibt davor noch ein anderes Gesicht. Na gut. Auch gewandelt. Ja, die haben so Kinder Bueno zum Beispiel. Moinsäun. Moinsäun. Kinder Country haben die auch und so weiter. Und ich muss sagen, Kinder Country habe ich lange nicht mehr gegessen, aber das habe ich als Kind voll gefeiert. Ach ja, hier ist der Affe. Den meine ich. Ja, das ist der Ursprung. Der ist ja gar nicht arisch. Bisschen blond, rötlich. Ja, der hat gar nicht so blonde Augen. Also blonde Augen. Da ist sie hier auf jeden Fall besser dabei. Auch Mädchen, ja. Voll. Die ist schon arisch. Und Kinder Bueno. Komm. Bueno ist schon geil. Ja, esse ich mal. Wenn ich hier. Oh, das ist ja hier. Nee, also ich muss jetzt noch mal ganz kurz gucken, aber ich glaube, so ein richtiges Highlight ist ja nicht dabei. Überraschungsei. Also diese Kinderriegel, muss ich sagen, finde ich richtig abartig. Ja, ich esse die auch nicht gerne. Die sind auch irgendwie, das ist auch so eine Sache, die an den Zähnen für mich irgendwie ganz komisch ist. Ja, verstehe ich. Schokobons habe ich früher gegessen, finde ich auch nicht mehr geil. Oh, Schokofresh. Okay. Schokofresh. Das kenne ich nicht. Ich lebe ja zu großen Teilen vegan, also fast so 90 Prozent, aber ich esse manchmal doch ein Schokofresh. Das ist schon richtig lecker, leider. Keine Prinzipien hast du, ne? Schon, aber ich umgehe die gerne. Ja, aber ich muss sagen, wenn ich hier so durchscrolle, die Fabriken können gerne alle zumachen. Und Ü-Eier? Für mich, nee. Auch nicht? Da ist auch Plastik drin, das ist einfach nicht mehr zeitgemäß. Aber als Kind war es schon geil, oder? Das reinzubeißen. Wir sollten da mal Holzschnecke reinmachen. Die Dinger da, das ist wenigstens umweltfreundlich. In den USA ist es doch verboten, ne? Ja. Da gibt es Ü-Eier. Das tun nicht. Gibt es auch so Videos von kleinen Kindern, die irgendwie so ein Ü-Ei kriegen und dann, hey, das ist verboten. Und Kinder Country, kennst du das noch? Ja, aber das fand ich auch schon immer ab. Das ist doch lecker mit diesen Weizendingern mit drin. Nee, nee, nee. Meine Oma hat die mir immer gekauft. Die meinte, was willst du denn für Süßigkeiten haben? Da habe ich immer gesagt, Kinder Country. Ja, bueno, wie gesagt. Nee, mach zu. Mach zu den Laden. Hat keinen Sinn. Ach ja, zum Teil. Oh. Ist das for real, Alter? Hier ist so ein Kind. Was ist denn das? Ja, ist wahrscheinlich irgendwie fake, oder? So ein Baby drauf. So ein Baby drauf, was so ein bisschen, weiß ich nicht, als hättest du ein bisschen arabisches Cosplay oder so. In der Schokolade. Ähm, Kinder Pinguie ist noch ein Ding. Hast du Pinguie gerne gegessen? Das würde ich sagen, ist wahrscheinlich das Beste noch von dem ganzen Zeug, aber nur aus dem Kühlschrank, also... Na klar, das muss man ja auch kühlen. Das habe ich auch 20 Jahre nicht gegessen oder so, aber... Das ist etwas, das esse ich eigentlich gar nicht gerne, aber mit Kokosgeschmack. Kennst du die Kokosvariante davon? Die war ja richtig Bombe. Jetzt kriegen die Leute alle übelst Bock auf Fressen, Alter, wenn wir hier... Wenn wir mal Fresspodcast haben. Für Rekuies ist keine geile Marke wahrscheinlich, aber wenn man so als Kinder Hause kam und Papa, Oma irgendwie haben Kinder Pinguie Kokos gekauft und Bueno und so, da war ich voll Fan von... Ich glaube, ich finde Kinder Pinguie auch nur so geil, weil es damals so diesen Beef gab zwischen Milchschnitte und dem und da ist ja wohl ganz klar, wer der Gewinner ist. Ist Milchschnitte nicht auch irgendwie? Weiß ich nicht. Milch? Nicht Milch. Milch. Mach ich direkt mal auf Telegram eine Umfrage, ich interessiere mich mal für, was die Leute dazu denken. Milchschnitte oder Kinder Pinguie? Auch von Kinder, stimmt. Kinder Pinguie oder Milchschnitte. Tja, Leute, die jetzt gerade am Hörbolzen hier zuhören, wenn ihr jetzt in der Telegram-Grube werdet, ihr könntet direkt mit abstimmen. Oh, ist das schade, dass ihr nicht einfach... Dass ihr kein Geld habt. Ist das schade, dass ihr nicht einfach mal auf Patreon geht und hier drei Dollar da lasst. Eure Armut kotzt mich an. So. Oder findest du Milchschnitte besser? Ich bin Team Milchschnitte. Ach du Scheiße. Außer wenn es Pinguie mit Kokosgeschmack ist. Hier ist gerade ein riesen Zerwürfnis zwischen Tino und mir entstanden. Aber nur, wenn Pinguie Kokos ist, dein Kokos, aber sonst Milchschnitte. Oh. Na, da musst du jetzt ganz schnell für Milchschnitte worten, sonst stehst du schlicht da. Oh scheiße, das mache ich sofort. Gut, das ist also diese Woche alles passiert. 10 von 10. Ist aber beides nicht gesund. Ein Haufen Zucker und so, Milchzucker ist nicht gut. Gut, aber es ist mal lecker. Hier haben Milchschnitte kommen. So, 50-50. Ja. Gut, das ist auf jeden Fall die Meldung der Woche. Du hast noch gesagt, Hashtag Amtor geht viral und Hashtag Salmonellen. Aber ich weiß es nicht. Beides möchte man nicht in sich haben, habe ich gesagt. Ja, das stimmt. Ich habe Amtor jetzt nicht recherchiert tatsächlich. Ja, der kriegt irgendwie neue Aufgaben, die irgendwie lächerlich sind oder sowas. Muss er mit dem Dreirad fahren. Ja, genau. Warte, ich gucke mal. Hashtag Amtor hier. Solange du guckst, muss ich einen Nachtrag zur letzten Woche machen. Den Wachsel, der war ganz enttäuscht. Unser Außenkorrespondent, ja, der immer sich im Schützengraben umherwindet und die neuesten News mir schickt. Der hat gesagt, es ist erschütternd für ihn gewesen, dass wir nicht darüber geredet haben, dass dieser Boxkampf unter YouTubern war. Hä? Trimax irgendwas, bla, irgendwelche Leute haben sich auf die Schnauze gegeben und ganz viele YouTuber waren da, ist mir im Endeffekt egal. Jetzt habe ich es mal erwähnt. Ein echter Boxkampf. Ja, letzte Woche. So Promi-Boxen mäßig mit irgendwelchen YouTubern. Genau. Keine Ahnung. Also ich kenne Trimax ohne vom Namen, ich weiß gar nicht, wie der aussieht. Ich habe keine Ahnung, ist das nicht Spielzeug? Hat er gekämpft gegen Dagibia oder so? Wenn Philipp Amthor einen Boxkampf gegen Salmonellen macht, dann schalte ich ein. Ja, ich auch. Ich werfe von Salmonellen. Definitiv. Hier steht, Amthor übernimmt Federführung bei Staatsreform und Modernisierung. Okay. Der mit den Gefälligkeiten in Aktien und Luxushotels eines falsch entscheidenden Rüstungsunternehmens. Hey Union, der 1. April war schon, schreibt Lennarin auf Twitter. Also soll er sich um die Modernisierung kümmern in Deutschland, obwohl er nicht mal in der Regierung ist. Ja gut, ja, weiß ich nicht. Ja, der Amthor-Witz ist ja für mich auserzählt, von daher. Das ist ein bisschen wie so auf Familienfeiern, wenn du der Jüngste bist und bist automatisch der für die Elektrogeräte zuständig ist oder der sich um Handys kümmern muss und im Fernseher und so, obwohl du davon keine Ahnung hast. Keine Ahnung, mein Besiever geht nicht, kannst du ihn mal hinstellen. So muss es gewesen sein bei der CDU-Fraktionssitzung irgendwie, wer kümmert sich denn um die Modernisierung? Ja, wer ist denn der Jüngste? Ach, der Philipp hier. Ach, warum ist der Philipp? Nun gut. Das ist keine Nachricht wert. Es gab noch bei diesem E-Box-Event einen Ausraster von Tanzverbot, vielleicht ist das auch ganz wichtig, dass wir das erwähnen. Ist der wohl auf irgendeinen Comedian losgegangen, hat ihn eine gescheuert? Ne, leider nicht, das wäre ja interessant gewesen, aber es war nur so, dass irgendwie Fans oder Pseudo-Fans mit ihm ein Foto machen wollte und er wollte nicht und dann haben die Fans ihn irgendwie gedisst und dann hat er herumgeschrien und wollte auf den zu und wurde zurückgehalten, das übliche Bla, 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 Bla. Was, der hat eine Meinung und hat eine Laune und will nicht immer fotografiert werden, was? Ja Leute, lasst euch mal was Neues einfallen. Aber hast du auch schon mal Fotos abgelehnt von Leuten, die Fotos haben wollten mit dir? Ne. Aber ich habe ganz oft gesagt, wir machen nur Foto, wenn ich auch ein Foto von dir kriege. Echt, ja, witzig. So auf der Gamescom und so. Ey, die Maskenpflicht ist entfallen, das ist jetzt ein wichtiges Thema, finde ich. Und es ist ganz spannend, also wenn man einkaufen geht, ist immer noch die Mehrheit irgendwie, trägt Maske. Jetzt trennt sich die Spreu vom Weizen. Jetzt kann man zumindest sehen, wer wirklich irgendwie ein bisschen doof ist, aber... Oh, das sah aber jetzt eine steile These. Ja, voll. Also ich habe so beobachtet, dass es tatsächlich die Jugendlichen sind, die gerade ohne Maske rumlaufen. Ich habe gestern noch mit einem Kumpel diskutiert darüber. Ich habe gemeint, weil seine Aussage auch so ein bisschen war, naja, man kann jetzt auch so ein bisschen gucken, wer cool ist und wer nicht cool ist. Da gehe ich vielleicht mit so, aber ich glaube auch, dass viele echt einfach trotzdem Corona ernst nehmen, aber keine Maske mehr tragen wollen beim Einkaufen, weil sie halt glauben, dass da die Infektionsgefahr geringer ist. Deswegen dieses Werden Idiot ist und so weiter, das ist nicht ganz richtig. Aber ich bin auch ein bisschen... Die Infektionsgefahr bei was jetzt? Beim Einkaufen? Beim Einkaufen. Als geringer als was? Naja, als jetzt im Bus zu sitzen zum Beispiel. Wenn du jetzt so wie 10 Minuten in so einem Bus sitzt, irgendwie auf engstem Raum mit Leuten, die echt keine Maske tragen, aber du mal eben einkaufen gehst, wo du den Menschen vorbeiläufst, vielleicht mit Abstand, da hast du vielleicht weniger. Ja, aber das fliegt ja da rum in diesem geschlossenen Raum. Es sind ja viel mehr Leute als in einem Bus. Wer auf die Fläche gerechnet, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich bin weiterhin auf dem Standpunkt, dass, also ja, hat Herr Rodes richtig gesagt, das ist subjektiv. Wenn ich sage, so eine Maske ist halt kein Problem, aber also erfahrungsgemäß sind halt die Leute, die so Rhetorik wie Snowflake benutzen, dann die, die sich am meisten über so eine Maske aufregen. Und dann bist du halt ein kleines bisschen der Snowflake. Ich rede nicht davon, dass du irgendwie sechs Stunden Zug fahren musst mit einer Maske, dass das vielleicht dann, da ist am ehesten noch für mich, dass das an der Nase mal juckt oder so, was dann nervig ist. Oder am Ohr weh tut so ein bisschen. Ja, aber das kannst du ja erweitern so. Das sind ja keine Sachen, die du nicht, also wo du nicht was machen kannst. Wenn es zu eng ist, dann erweiterst du die Maske halt einfach. Wie beim Kondom, wenn es zu eng ist, einfach ein bisschen auf. Genau. Oder mal links drehen das Kondom. Ja, wo auch Abwechslung war, damit es feuchter ist. Ja, und deswegen, also 20 Minuten einkaufen mit einer Maske, das ist, da breche ich mir kein einziges Haar bei ab. Jetzt muss man es ja auch nicht mehr machen, ne? Also ich habe gesehen, beim EDEKA gestern hatten wir irgendwie 80% Maske auf, mindestens. Und beim Biomarkt heute Morgen, als ich Brötchen einkaufen war, hatte fast keiner meine Maske auf. Ja, weil das deine ganzen Waldorfspacken sind. Maybe, das ist meine, ich war nicht auf der Waldorfschule. Aber ich sage es weiterhin, weil ich es sinnvoll finde, so, und ich habe noch lange Zeit Maske tragen, aber ich finde es legitim, wenn Leute irgendwie sagen, okay, ich habe keine Lust drauf und ich halte eh Abstand ein, ist auch richtig so schlimm, glaube ich. Ich verurteile jetzt dafür keinen direkt, wenn man es nicht mehr muss, als es noch Pflicht war und sie die Maske nicht getragen haben oder unter der Nase, da war ich schon irgendwie sauer und dachte mir, Alter, das geht gar nicht. Maxi King ist Beste, wird hier gerade propagiert. Ach nee, nee, Maxi King ist eh nicht. Ich weiß gar nicht, ob Maxi King auch Kinder ist? Ja, das war auch so. Kennst du ja. Ich kenne das. Maxi King fand ich nicht schlecht auf jeden Fall. Das geht, weiß ich nicht. Das ist so ein Gelegenheitsding, das kann ich nicht dauernd essen, aber das, also wenn, dann hat das schon reingekickt. Jedenfalls zum Thema Maske gibt es jetzt auch die ganzen Querdenker, die jetzt, die Querdenker, die jetzt Videos machen auf YouTube und Telegram und sich über die Maskenträger aufregen. Ja, die ganzen Schlafschafe, was fällt denen eigentlich an Masken noch zu tragen und so. Von wegen früher immer. Das ist die allergrößte Snowflake-Igigkeit, wenn du dich über Leute aufregst, die Dinge tun, die mit dir überhaupt nichts zu tun haben. Weißt du, früher noch so, ja, Selbstbestimmung, wer Maske tragen will, kann gerne Maske tragen, aber ich will keine tragen. Jetzt, wo sie es nicht mehr müssen, aber dürfen, regen sie sich auch wieder auf, dass die Leute Maske tragen. Es ist einfach ein Widerspruch an sich. Ja. Es ist dumm. Durchaus, durchaus. Aber es ist schon ab zweiten oder so gewesen, ne? Ja, es ist schon ein paar Tage her jetzt, genau. Heute ist ja der zehnte. Na gut, wir sind trotzdem aktuell. Ich glaube, ab Montag oder Sonntag war das so, dass man sich das machen muss. Ja, 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 wir wollten es ja mal, ne? Also auch wenn es jetzt nicht die allerneueste Sache ist, wir haben es ja in der letzten Ausgabe noch nicht diskutiert, so wie diesen Boxkampf. Wenn jemand kommt, mich anspricht beim Einkaufen und sagt, hier, du musst keine Maske mehr tragen, sag ich, sorry, ich habe mal einen Attest. Ich muss eine tragen. Ich habe noch einen Nachtrag zu, ich glaube, vorletzter Woche war das jetzt schon. Ne, letzte Woche, klar. Wir haben ja extra noch das eingeschoben, weil ich das unbedingt auch besprechen wollte. Die ganze Oscarsache. Ja. Mit William... William Schmidt. William Schmidt, genau. Willi Schmidt. Da gab es jetzt tatsächlich Konsequenzen. Der wurde für zehn Jahre, wird er von allen Oscars und Academy-Events ausgeschlossen. Da nach diesem Slap eh sich wieder keiner dafür interessiert, verpasst er ja quasi nichts. Aber zehn Jahre ist eine Ansage. Und zehn Jahre, lasst euch das mal auf der Zunge zergehen, da ist er dann schon 63. Krass. Krass. Das ist echt alt. Mhm. Holy shit, ne? Aber darf der jetzt noch nicht mehr zu einer Verleihung kommen oder darf der auch keinen Oscar mehr bekommen? Das glaube ich nicht, dass der den nicht bekommen kann, aber ist die Frage, ob er halt... Also offiziell darf er ihn bekommen, aber ob er, weißt du, da vielleicht ein bisschen ein schwarzer Fleck ist und sagt, dann können wir jetzt vielleicht keinen Oscar... Also im nächsten Jahr vielleicht noch in fünf, sechs Jahren vielleicht wieder so. Aber ich glaube nicht, wenn er jetzt ein übelstes Brett abgeben würde, dass sie dann sagen, oh ja, jetzt hier, ein Jahr später kriegt er direkt wieder einen Oscar. Weiß ich nicht. Das ist ja eh, aber also die sind echt nicht mehr ganz so, die Instanz von daher. Findest du es gerechtfertigt, diese zehn Jahre Sperre? Es ist halt wieder der übelste Doppelmoral so. Wäre das nicht vor Kameras passiert, wäre es wahrscheinlich nicht gewesen jetzt, weißt du? Da hätten sie nicht diese Sperre gemacht. Das ist ja auch das Ding, dass es ja auch bei den Oscars auf der Bühne war, im Fernsehen, was auch auf die Oscars ein Scheißlicht wirft. Ja. Image behalten, bla bla. Und man muss auch mal dazusehen, dass zum Beispiel ein Roman Polanski, der bis heute mehrere Vergewaltigungsvorwürfe von Minderjährigen hat und der damals bestätigt, eine 13-Jährige eigentlich vergewaltigt hat, weil sie nicht consenten kann, aber man hat sich dann irgendwie so gerichtlich geeinigt, dass es quasi consensual Sex mit einer Minderjährigen war außerhalb der Ehe, was es halt ein bisschen abgeschwächt hat. Und der wurde erst aus der Academy rausgeworfen nach Harvey Weinstein, also jetzt erst vor ein paar Jahren, 40 Jahre nachdem das passiert ist. Und bis dahin hat er halt Standing Ovations gekriegt und geiler Typ und so. Und dann jetzt erst nach dieser ganzen MeToo-Sache hat man sich gesagt, ach, dieser Roman Polanski, der irgendwie 13-Jährige sich überstülpt, der ist ja gar nicht so geil. Ja, das ist richtig, die Doppelmoral, aber ich finde, losgelöst von dem, fand ich es beim ersten Lesen irgendwie hart, dass Will Smith so irgendwie 10 Jahre jetzt Sperre bekommt, dachte, oh, das ist ein bisschen... Ich finde witzig, dass er auch digital nicht anwesend sein darf. Das heißt, er darf schon zugucken, aber nicht sich zuschalten. Er dürfte nicht jetzt so per Zoom-Call oder mit dem... Wenn seine Frau da mit einem iPad rumläuft, mit seinem Gesicht drauf, wird das iPad weggeschmissen. Ah. So wahrscheinlich. Aber sie kann ja auf die Bühne gehen, den Oscar abholen und sagen, ja, ich fand es doch witzig damals, tschüss. Vor allem ist sie ja vielleicht die eigentliche, naja, Fädenziehhünde will ich nicht unbedingt sagen, aber so die treibende Kraft. Das ist jetzt im Zuge dieser ganzen Sache auch nochmal alles hochgekocht, was halt mit seiner ganzen... Ich glaube, das hatten wir gar nicht besprochen, dass sie ja irgendwie so Techtel-Mächtel hatte. Doch, das hat er erwähnt. Ja, doch, mit dem Freund vom Sohn. Mit dem Sohn ist, genau. Und sie das dann aber, das musst du dir mal vorstellen, sie betrügt ihn, ja, und dann setzen die sich in ihre Podcast-ähnliche Talkshow rein, Red Table, und dann besprechen sie das da vor Tausenden von Leuten, also online, sie sitzen da schon alleine, und sie sagt so, ja, sie fühlt sich einfach für mich so gut an, und dass ich da diesem schutzbedürftigen Menschen so helfen konnte. Und das war für mich auch eine Reise. Und rechtfertigt halt ihr betrügerisches Verhalten, ja. Ist ja okay, wenn sie einen anderen hat, aber wenn das nicht im einvernehmlichen Absprechen passiert, ist das vielleicht nicht so geil. Und du siehst halt einfach in seinem Blick, wie alles in ihm stirbt, und er nur noch lachen kann, weil er das einfach nicht, weißt du, das ist übelst, die absurde Situation. Und dann ist halt noch ein Video sehr viral gegangen, was ein paar Jahre älter ist, wie sie einfach, also sie sind bei sich zu Hause, und sie hält einfach die Kamera drauf und macht Instagram-Livestream und sagt, hier, sag doch mal, wie unsere, nicht Therapeutin, sondern irgendeine Person, die halt im Dreiecksgespräch da geholfen hat, mit Gänsefüßchen, sag doch mal, wie gut das geholfen hat. Und er so, äh, und du siehst, wie unangenehm ihm das ist, und wie manipulativ sie ist, und halt, ne? Abusive ist halt das Wort, was immer gelesen wird, ist halt so. Ja, ja, doch, stimmt. Und er sagt halt so, ja, ich bin hier zu Hause, frag mich doch erst mal, bevor du hier die Kamera draufhältst, und so Geschichten. Und, äh, das, das ging sehr, sehr ab. Und gerade bei den beiden, die ja auch Millionen Follower haben, ja, wo das dann auch alle sehen können. Ich meine, wenn, wenn man jetzt irgendwie so ein normaler People ist, mit so 30 Followern bei Instagram, macht so ein spontanes Foto, ist es hier eins, aber das sehen ja dann Millionen Leute letztendlich. Ja, das sagt er dann auch, äh, my social media, ähm, appearance is my bread and butter, please ask me before. Und dann dreht sie so die Kamera zu sich und sagt, oh, I have to deal with, äh, with foolishness und sowas. Also, es ist ganz miese Nummer. Also, er hat sich so hochgeladen trotzdem, ja, obwohl er sich so aufkriegt. Ja, ja, na, es war halt live, geht ja nicht anders. Ach so, oh. Ja, es ist schon, schon kacke. Also, ich finde sie auch unsympathisch, aber, also, ich finde es auch krass, wie er sich darauf einlässt, ne, wie er sich auch manipulieren lässt und wie er... Du kannst der krasseste Ficker auf dem Planeten sein, Erfolg haben ohne Ende und sonst was. Du kannst halt trotzdem von einzelner Person übelst gebrochen werden. Das ist übelst hart. Das ist natürlich jetzt eine relativ einseitige Darstellung, aber ich, also aufgrund dessen, was ich so alles gesehen habe, halte ich das schon für das realistische Bild, was sich da so ergibt, dass sie wirklich so ein bisschen da Schindlüder treibt mit dem Bild. Ich finde es eh seltsam, dass man das so in die Öffentlichkeit trägt, irgendwie, dass sie so einen Podcast machen zu ihrer Trennung und ihrer Beziehung. Das ist so absurd, ey. Ich meine, ich kann es verstehen... Das war auch, glaube ich, noch vor, bevor Will Smith auf YouTube war, war das, glaube ich, bin mir nicht sicher, aber... Also, ich kann es irgendwie verstehen, wenn man irgendwie in der Öffentlichkeit steht und will Dinge mitteilen, von wegen, ich bin verlobt oder so, oder ich bekomme ein Kind, aber so einen ganzen Podcast machen um die Ehekrise, ja, und erst da hat sie nicht auch bei dem Podcast sich geoutet, als dass sie fremdgegangen ist. Ich glaube, so halb. Irgendwie wusste er das, aber... Jota erzählt es, dass sie es im Dorfenbarte irgendwie so richtig und das finde ich so krass. Also, das ist ja auch eine Form von Manipulation ihrerseits, so eine Information irgendwie zurückzuhalten, bis sie es halt von der Öffentlichkeit ansprechen kann, weil sie weiß, er kann da nicht ausrasten oder böse werden oder traurig sein. Sie wusste, dass die Reaktion dann wahrscheinlich menschlicher oder normaler sein würde als das und das finde ich, weiß ich nicht, das würde mir nicht gefallen, das in die Öffentlichkeit zu ziehen. Ich habe auch immer mehr Beachtung für Leute, die das irgendwie so zurückhalten, also fahr in den Urlaub zum Beispiel von den Ärzten, von denen du ja gar nichts weißt, so was er eigentlich macht. Schön, dass du gesagt hast, von welcher Band der ist. Hä? Wir haben ja hier noch nie so oft drüber gesprochen. Ja, kann das sein, jetzt gibt es nicht Wissen, so. Und dass er halt, oder Stefan Raab, du weißt auch nicht, wie seine Frau so richtig aussieht und was der macht, der hat über die nie gesprochen und von denen hast du irgendwie am meisten Respekt und findest die am spannendsten. Und so Leute wie jetzt die Geissens hier auf, ich weiß nicht, wo die gelaufen sind, RTL, das ist halt völlig langweilig. Weil du weißt, die haben ihr ganzes Leben verfilmt so und Reality TV finde ich nicht so geil. Ja. Das Einzige, was ich mir halt dabei denke, Jo Olli hätte seinen Penis Roman Polamanski nennen können. Ja. Ist gut. Hat der arme Willi, der arme Willi. Ja, das ist alles irgendwie widerlich. Keine Ahnung, ich find's halt auch hart, dass er halt jetzt irgendwie die volle Watsche abkriegt und sie steht halt daneben. Ja, cool. Ist irgendwie schwierig für mich. Aber klar, sie hat ja in dem Sinne nichts gemacht. Eigentlich offensichtlich, ja. Beihilfe zur Katsche. Aber als ich mir das jetzt nochmal angeguckt habe, mit diesem Red Table und so, da hatte ich schon die Vision der Zukunft. Dass dieses ganze Gelaber von, und ja, jetzt wird's wieder tendenziös von meiner Seite, Tino, aber dieses ganze Gelaber von Toxic Masculinity und so, dass sich das dann wandelt in vielleicht was anderes Toxic, was auch immer. Und dass man dann irgendwann sagt, dieser Gedanke, ursprüngliche Gedanke, dass man überhaupt einen festen Partner hat, dass der total toxisch ist, weil das dieses Gefühl von Besitz ja irgendwie ist, eine andere Person zu besitzen, wenn man da quasi sagt, ich bin in meiner Ehre gekränkt, wenn du mich betrügst, dass das irgendwie in der Zukunft in diese Richtung noch gehen könnte. Toxische Menschlichkeit. Toxische Menschlichkeit. Ja, und weiß ich nicht, dass dann dieses traditionelle einen Partner haben Ding verpönt wird. Ich call das jetzt einfach mal für in 20 Jahren. Ja, ich kann das nachvollziehen. Wenn ich jetzt so, ich bin ja auch in einer offenen Beziehung und wenn ich halt irgendwie mich mit Leuten treffe, die auch in einer offenen Beziehung sind, die es teilweise halt echt noch viel krasser ausdrücken und dann so sagen, ja, ich finde eben auch, dass Monogamie irgendwie Besitzanspruch ist und ich kann auch meinen Partner nicht besitzen und so und deswegen ist es voll natürlich, polygam zu leben. Das sehe ich anders. Also klar, ich glaube, ich fühle mich auch wohler, irgendwie zu wissen, irgendwie ich kann mich ausleben und kann frei sein, aber ich würde niemals jemandem sagen, du lebst falsch, weil du Monogam lebst, weißt du? Das ist ja auch von dir schon Framing, muss ich sagen. Was denn? Naja, wenn du das halt als frei bezeichnest, wird ja reziprok das andere als unfrei bezeichnet. Nein, das geht für mich. Also ich finde es gut, für mich irgendwie frei sein zu können und mich auszuprobieren, aber würde niemals zu jemandem sagen, du bist halt nicht frei oder weil du bist ja auch frei in der Entscheidung zu sagen, du bist halt Monogam. Das ist auch eine Form von Freiheit, weil ja darauf keine Konsequenz droht wie Gefängnis oder so. Du kannst ja für dich sagen, okay, wir gehen eine Beziehung ein, wir entscheiden für uns, wir leben Monogam. Das ist auch für euch die Freiheit letztendlich. Das finde ich jetzt nicht so krass geframed. Ich weiß, was du meinst. Aber es ist halt deine freie Entscheidung. Wenn du sagst, du brauchst nicht mehr PartnerInnen und brauchst halt auch keine anderen SexpartnerInnen, ist es doch voll cool. Und ich würde immer nur sagen, dass halt jeder seinen eigenen Modus finden muss. Auch was Monogamie überhaupt heißt. Ja, manche sagen auch, sie sind monogam, obwohl sie halt flirten mit anderen, obwohl sie irgendwie auf Dates gehen und irgendwie rumknutschen, aber keinen Sex haben. Auch das kann ja eine Form von Monogamie sein. Da muss jeder für sich seinen Modus einfach finden. Und ich hoffe eben nicht, dass es dazu kommt, dass man irgendwie die alten Werte verurteilt. Das ist ja wie dieses, wenn die Homo-Ehe kommt, dann werden die Hetero-Ehen verpönt. Ist ja auch nicht der Fall. Man will ja einfach nur, dass alle das tun dürfen, was sie möchten, dass sie heiraten dürfen, wen sie wollen. Und wer eben noch traditionell lebt, das ist halt voll legitim. Es geht halt nur darum, alternative Lebensweisen zu akzeptieren und zu fördern. Das war ja auch nur so ein Gedanke, der mich einfach ein bisschen angewidert hat, weil ich halt in dem Moment gesehen habe, wie sie ihr Verhalten so gut redet und positiv framet. Wobei halt der einzige Unterschied, der hätte passieren müssen, wenn sie diesen Typen da hat, diesen Freund von ihrem Sohn, einfach sagen, ey, yo Will, lass mal trennen. Oder hey, ich habe da Interesse an einem anderen. Also bevor was passiert. Offenreden, ne? Ich habe da Interesse an einem anderen. Wäre das cool für dich oder nicht? Ja. Wenn das einfach passiert wäre, wäre es völlig okay. Aber wenn das nicht passiert, so und dieser winzige Unterschied, hat sie nicht gemacht, so. Und jetzt stellt sich aber da, ja, es hat sich einfach so gut angefühlt, dass ich da so einem armen Bubi helfen konnte. Ich helfe die Person healing. Alter, das ist so widerlich. Ja, ich habe es auch gesehen. Ja, das ist echt, also weiß ich nicht, normalerweise sollte man sich ja entschuldigen, wenn du jemanden betrügst und jemanden angelogen hast. Was hat sie ja offensichtlich? Weil sie hat sich ja verschwiegen, dass sie mit ihm hatten. Ja, der Typ hat das zuerst gesagt. In einem Podcast ist sie mir irgendwie rausgerutscht. Ja, und ich finde, dann sollte man erst mal eine Entschuldigung irgendwie anbringen und sagen, ja, es tut mir leid, dass ich dich betrogen habe, aber ich habe das deswegen gemacht, weil ich gemerkt habe, die Person war verletzlich, ich war verletzlich, die haben uns geholfen. Da kann man ja sagen, das ist wenigstens eine Erklärung deswegen. Aber nur zu sagen, es war richtig, was ich gemacht habe, weil das und das so gewesen ist, das ist, finde ich, richtig falsches Framing und unfair dem Partner gegenüber, immer. Auch wenn die Gefühle vielleicht oder ganz sicher echt gewesen sind, sie wird sich vielleicht verloren oder allein gefühlt haben, weil die Beziehung nicht gelaufen ist und sie hat vielleicht eine Nähe gebraucht und hat die halt bei dem Ja, kann man ja Schluss machen. Aber offen, also offen drüber reden, ist ja wohl das Mindeste eigentlich. Und ich glaube eben noch, als letzter Punkt dazu, dass eben solche heimlichen, nicht Ausdruck, sondern solche heimlichen Fremdgeher deswegen passieren, weil man eben dieses Thema auch verpönt ganz oft. Also ich musste erst lernen, dass man ja ruhig ansprechen kann in einer Beziehung, wenn einem etwas fehlt und das Monogamie eben nicht der Golden Standard ist, sondern dass es halt eine Möglichkeit von vielen ist. Und gerade so aus dem Dorfkontext, ich bin auch auf dem Dorf groß geworden. Die hatte der eh jeder jeden Mal. Nee, nee, im Gegenteil. Ja, also offiziell nicht. Offiziell war es halt so, du musst halt heiraten und du hast halt einen Partner und wenn du halt dich so viel ausprobierst, dann lebst du halt irgendwie ausgeufert und so ausufernd. Aber insgeheim haben die alle fremdgevögelt. Ich habe das so krass mitbekommen, auch auf so Partys, habe ich dann gesehen, irgendwie wie dann so der, ich verfremde es, von irgendeinem Typen in der Nebenstraße, der verheiratet war, ist mit einer anderen verheirateten Mutter irgendwie nach Hause gegangen. Und alle wussten, die vögeln jetzt miteinander, aber die Partner wissen das gar nicht voneinander. Und das ist so oft passiert, aber eben aufgrund dessen, weil es eben in der Öffentlichkeit verpönt wird und es halt nicht heißt, ja, man kann auch offen sprechen, sondern Monogamie ist halt der Standard. Das kommt eben auch wieder rum daher. Ja, ja, aber genau aus diesem Grund habe ich ja so das Gefühl, dass es halt so eine krasse Gegenbewegung dagegen geben wird. Und auch diese toxische Männlichkeit, es gibt eben auch natürlich auch toxische Weiblichkeit, keine Frage. Ja, alles, was eine Frau macht. Alles. Habe ich ihm auch als Kind mitbekommen schon, wenn ich, ich war einmal auf einem Geburtstag von einer echt guten Freundin, wo ihre Familie auch anwesend war, es war halt so eine Familienfeier mit ein paar Freunden und da hat die Oma von ihr, ihr Mann, einen auf den Mund gehauen ein paar Mal. Die saßen irgendwie am Kaffeetisch so und da hat der Mann irgendeinen Witz gemacht, der nicht noch schlüpfrig war, da hat sie einfach so ihn vor die Gusche gehauen zwei, drei Mal an dem Tag. Und hat sich direkt den Finger abbeißen. Und ich dachte, Alter, das ist doch voll scheiße. So, das ist ja auch eine Form von Machtgefüge und dass dann irgendwie in dem Fall die Frau so mehr als nur die Hosen anhat und der Mann sich gar nicht traut. Da gab es doch diesen Spruch. Das kommt ja noch dazu, dieser Level von ich bin eine Frau, du kannst mich nicht schlagen. Das gibt es ja auch oft, dass dann halt, ja, natürlich nicht alle, aber halt ein paar Frauen so diese Mentalität haben, ich kann den jetzt mal richtig zur Sau machen oder auch treten oder sonst was. Auch vor allen Leuten, ne? Weil es kommt ja nichts zurück. Genau. Und da kann auch irgendwann der Spruch im Laufe des Tages irgendwie, da ging es auch um dieses Thema, wo er dann sagte, ja, ich habe ja schon drei von dir bekommen heute, da warst du noch geizig heute, da dachte ich, Alter, ist das traurig. Der hat auch so geguckt irgendwie, das war noch geizig von dir, mich nur dreimal zu hauen heute. Das fand ich so grausam. Weiß ich nicht. Es gibt von allen Seiten irgendwie ein Machtgefälle und Machtausnutzen, ob männlich oder weiblich. Klar, strukturell, marginalisiert, männlich geprägt, keine Frage, aber es gibt immer auch die Gegenseite. Und ich finde, da muss ich immer irgendwie von Menschen befreien, die einen runterziehen, runterziehen, die einen vergiften. Okay. Jetzt haben wir auch richtig viel Gossip gemacht. Ja, gehört dazu. Jetzt müssen wir mal wieder über tolle Sachen reden. Ja. Ich will noch mal sagen, dass Plays geendet hat. Ich habe ja davon berichtet, dieses Einpixel setzen und so. Das Endbild gibt es jetzt zu sehen. Das ist auch einer. Das ist, glaube ich, der Top-Post auf Reddit diese Woche. Kann man, glaube ich, ja, Alter, 300.000, 320.000 Upvotes. Das ist eine Menge. Und das ist einfach ein Kunstwerk. Ich hoffe, da werden Puzzle draus gemacht und Gemälde. Ja. Es ist einfach nur richtig geil. Also das sind wirklich richtig gute Kunstwerke. Verglichen mit dem, mit der Sache von 2017 sieht das halt so viel besser aus. Gab es nicht auch so irgendwie ganz kurz ein Hinweis auf so ein riesiges Hakenkreuz aus Deutschland fahren? Ja, das habe ich ja gezeigt. Hier ist ja quasi hier. Haben sie nicht geschafft. Wollten sie, glaube ich, auch nicht. Das ist nur so. Also hoffe ich mal. Zufall. Ja. War früher so ein Dritten Reich. Aber ist ja zufällig ein Drittes Reich geworden. Ja, huch. Holocaust aus Versehen. Mhm. Das wurde so am Ende gemacht. Das sieht so überragend aus. Ja, nice. Also müssen wir beschreiben, was wir sehen. Ja, ist richtig geil für die Leute, die nur hören. Also alle. Ja, es sind halt einfach super geile Pixel-Artworks. Guckt halt nach Our Place. Richtig viele Memes auch. Du siehst irgendwie auch so Konterfreies von Schauspielern. Ja. Siehst Fahnen ganz viele. Donald Trump irgendwie auch, habe ich gesehen, zwischendurch ein Affen. Hier Star Wars. Star Wars. Und oben drüber sind Enten, die auch mit Lichtschwerten rumkämpfen. Also es ist alles schon richtig, richtig leid. Kunst vom Volk fürs Volk. Ja. Doch, das lave ich. Das ist auf jeden Fall, das kriegt keiner goldene Holzschnecke. Oder doch, es kriegt noch goldene Holzschnecke suchen. Wer keine bekommt, ist, es gab wohl auch in Israel wieder Anschläge. Oh ja. von Palästinern. Also die hatten, also sterbende Leute hatten diese Woche ein Revival. Ja, voll. Da war auf jeden Fall einiges wieder los. Ja. Ich habe auch nur, das ist nur so am Rande mitbekommen, dass wohl in Israel Menschen erschossen worden sind. In Tel Aviv. In Tel Aviv sogar, genau. An verschiedenen Orten. Und dass Palästina dahinter gesteckt haben sollen. Und Palästina wohl auch, ob das so stimmt, weiß ich natürlich immer nicht. Das ist ja immer so eine Frage von Kriegspropaganda und so. Sollen auch die Gegner auf den Straßen Süßigkeiten verteilt haben und gefeiert haben über diese Anschläge in Palästina. Um mal zu provozieren, ja, hier fallen jetzt die toten Juden da, die toten Israelis. Ja, scheiße halt. Ja, weißt du, was deren Lieblingshörspiel ist? Nee. Bibi und Palästina. Bibi und Palästina. Streiten um... Dinge. Keine Ahnung. Nee, es ist scheiße. Es ist halt echt doof. Ach so. Ja, ich weiß nicht, was... Ich verstehe das alles nicht, warum die das machen müssen. Meine Meinung. Ja, das ist eine komplexe Sache, aber tote Leute sind halt nicht gut, habe ich gehört. Ja. Ja. Aber man darf nicht sagen, dass es auf beiden Seiten irgendwie doof ist. Das ist man ja irgendwie antisemitisch. Ich verurteile diesen Anschlag jetzt mal konkret. So. Der Anschlag von Palästinern an Israelis verurteile ich aufs Schärfste. Ja, aber das ist ja also... Ja, also... Es ist ja das Problem, dass man Israel schwer kritisieren darf, sage ich ganz vorsichtig. Du darfst alles. Mein Gott. Nee, darfst du nicht. Ja, was darfst du nicht? Ja, man darf nicht Israel kritisieren. Ach so. Hab ich gehört. Du darfst auch was klauen. Du wirst halt nur dafür zur Rechenschaft gezogen. Dann darf man es ja nicht. Dann darf man es ja nicht. Dürfen es ja nur, wenn keine Konsequenzen drohen. Ja, aber also rechtliche Konsequenzen gibt es glaube ich nicht, wenn ich jetzt sage, Israel ist nicht so lupenrein in allem, was es tut. Ich verstehe so diese Schutzfunktion. Israel ist halt echt richtig wichtig als Schutzraum für jüdische Menschen auf der ganzen Welt und so. Und die haben einen besonderen Status. Verstehe ich alles. Aber ich durchschaue halt auch nicht alles. Und ich weiß halt auch nicht jetzt, ob das immer eine Verteidigung ist, was sie machen oder manchmal auch doch jetzt gezielte Angriffe. Ich weiß es halt nicht. Ich kann auch sagen, Russland ist ganz wichtig für einen Schutzraum für Russen. Aber deswegen kann ich trotzdem sagen, russische Außenpolitik ist gerade nicht die beste. Das ist ja Quatsch. Also russische Menschen, wenn der nicht wirklich jetzt marginalisiert, wie jetzt Juden zum Beispiel. Also ich finde, dieser israelische Staat hat schon einen eigenen Status. Den kann man schon anerkennen als Weltmeid. Das sage ich ja nicht, dass das nicht du. Das ist ja wie Höcke, der auch gesagt hat, ja, wenn der Syrer zu uns kommt, da hat noch sein Syrien, wir haben bald kein Deutschland mehr. Was? Hat er gesagt. Ja, weiß ich, aber was hat das damit zu tun? Sag nur, also man kann es halt nicht ganz vergleichen, dass irgendwie Russland ein Schutzraum für Russen wäre, weißt du, wie Israel für Israelis. Ich wollte mit dem Vergleich nur aufzeigen, dass es okay ist, zu sagen, was Russland gerade tut, ist nicht in Ordnung. Und genauso muss es okay sein, zu sagen, was Israel hier und da tut, ist nicht in Ordnung. Aber darum ging es ja jetzt eigentlich gar nicht. Sind da nicht Israeler gestorben? Ja, klar. Naja, also jetzt, jetzt stehe ich nämlich da wie der Assi so. Weißt du, die, die kritisierte, von mir kritisierte Seite ist die, die gerade mit Verlust da steht und ich sage, na ihr seid aber habt doch selber, euch zuzuschreiben. So ist es nicht. Ist ja nicht so, nein. Nun, gut, kommen wir ganz schnell weg von diesem Pulverfass. Ja, sehr gerne. Ja, also, was ist denn mit Butcher? Ja, genau. Da ist irgendwie so ein ähnliches Szenario passiert. Ja, also, es ist ja ein Vorort von Kiew sozusagen in der Ukraine. Das beste Wortspiel wurde uns international schon weggenommen, The Butchers of Butcher. Ja, okay. Ja, sorry. Ja, wurde ja von den russischen Truppen halt eingenommen und jetzt wurden sie halt so, also zurück, wie sagt man denn, zurückgewiesen und die ukrainischen Kräfte haben das zurückerobert irgendwie und haben halt dann ganz viele tote Menschen auf den Straßen gefunden, exekutiert teilweise, auch Arme verbunden und jetzt gehen sie halt davon aus, dass es halt von der russischen Seite aus Kriegsverbrechen gab, dass sie nämlich, kann man ganz vorsichtig von ausgehen. Dass sie, also jetzt an der Stelle zumindest, ähm, geht man davon aus, dass halt zum Tage lang diese Leute da lagen, tot und dass sie halt explizit von der russischen Seite aus exekutiert worden sind. gezielt, Zivilisten halt, ne? Ja, Zivilisten und gezielt halt Männer im wehrfähigen Alter, sag ich mal, 18 bis 60 hab ich gelesen so und teilweise halt auch in Wohnungen so separate Räume, einer für Folter, einer für Hinrichtung und so, also da siehst du schon eine Art System dahinter, was einfach jenseits von Gut und Böse ist, einfach nur. Auch die Infrastruktur wird ja auch zerbombt, ne, wo auch die Leute flüchten können und so. also es scheint schon, natürlich kann man jetzt in so einem Krieg nicht immer sagen, was jetzt so die, die Wahrheiten sind. Ja, die haben sich selbst umgebracht, die Zivilisten. Das nicht, aber man kann schon rauskristallisieren, dass die russischen Truppen schon so ihren, so ein Ziel haben, die Infrastruktur zu zerstören und ganz perfide Kriegsverbrechen zu begehen, das kann man schon mit einer Gewissheit sagen, glaube ich. Ich meine jetzt so zum Beispiel über die... wo Zivilisten gerade flüchten wollen, ist ein Indiz dafür. Ja, ich meine nur, ganz vorsichtig. dass man in Kriegszeiten gibt es ja immer sehr viele Meldungen und so, oh, da geht es aber ganz schön krass nach. Nach? Nach Spaß. Nach Spaß? Ach, illegaler Spaß? riechst du es nicht? Ich weiß nicht, ob du gerade riechen kannst. Nee, ich rieche gerade nicht, aber das muss von draußen kommen. Oh, war richtig heftig gerade, ohne Spaß. das muss von draußen kommen. Das ist für ein Passify hier, ey. Alles toll, was gerade passiert. Ne, sagen wir auch so die Kriegstoten zum Beispiel, die Zahlen, die sind ja auch signifikant verschieden. Die ukrainischen melden jetzt auf russischer Seite viel mehr, als die Russen zugeben wollen zum Beispiel. Und erst, wenn das alles vorbei ist, kann man ungefähr einordnen, welche von den ganzen Neuigkeiten und Nachrichten jetzt echt gewesen sind. Deswegen ist es immer mit Vorsicht zu genießen, was für Zahlen da kursieren. Aber in diesem Dorf, was so ähnlich heißt wie ein Dorf hier in der Nähe, Bucha, ne, da sind halt mittlerweile auch sehr viele internationale Journalisten gewesen. Auch gestorben. Unter anderem Selenskyjahr auch jetzt gewesen. Der beste internationale Journalist. Und, äh, also da, das ist schon so, ne. Die genauen Zahlen sind halt auch noch schwierig, aber da, das ist schon da passiert. Das Ausmaß muss natürlich jetzt wahrscheinlich in den letzten, in den nächsten Monaten und Jahren erstmal genau analysiert werden, aber ja. Es gibt so viele, oh krass, das riecht so eklig gerade. Es gibt so viele, es gibt ja auch, sprich weiter. Es gibt ja auch sehr viele Telegram-Videos oder Videos wie auf Telegram kursieren von verschiedenen Kriegsverbrechen, ja, sowohl von der ukrainischen als auch von der russischen Seite. Also, ein ganz bekanntes gab es jetzt, wo man erkennt, wie ukrainische Kräfte russische Gefangene irgendwie auch so LKW transportieren und die ausladen und dann werde ich noch ins Bein schießen, einfach so aus Spaß und so. Also, offenbar ist von beiden Seiten aus echt Kriegsverbrechen, die man am Ende dann irgendwie erstmal zur Rechenschaft ziehen muss, die Menschen. Ach so, Israel und Palästina darfst du nicht both Seiten, aber Ukraine und Russland ist jetzt okay, oder was? Naja, also es ist ja irgendwie auch verifiziert worden durch die Medien. Ist das die Sonderstatus? Ja, aber ist das die internationale Hufeisentheorie, du dir gerade droppst? Ich sage niemals, dass... Da ist einer, der invadet und ein anderer, der invadet wird. Nein, keine Frage, dass Menschen da sterben, das ist in der Hauptverantwortung der russischen Regierung, keine Frage. Ich sage nur, die Videos, die gerade kursieren mit Kriegsverbrechen, also man darf ja jetzt keine Gefangenen irgendwie schikanieren und die hinrichten und so, sondern man sagt ja eigentlich laut so Kriegsrecht, dass Gefangene ja auch... Sorry, ich wusste, sorry, bei dem Wort schikanieren habe ich gerade wieder Kopfkippen. Man darf das nicht, also wenn man einen Gefangenen hat und dann so Ella Batch, Ella Batch, ich habe hier einen Bayblade und du nicht durchkitzeln und so. Also was ist Schikane? Aber ja, ich google mal kurz, was Schikane heißt. Mach mal. Du erzählst gerne weiter. Ich meine so Kriegsverbrechen, das sind ja so Sachen wie halt Gefangene, soll man ja eigentlich gut behandeln? Also Kriegsverbrechen wäre, Gefangene zu exekutieren zum Beispiel. Klar. Und das machen wohl beide Seiten, angeblich laut Videos, die gerade kursieren und die wurden von beiden Seiten aus tatsächlich auch verifiziert von irgendwelchen Medien, dass es beide Seiten so tun. Also ich hatte tatsächlich eine zu harmlose Bedeutung von Schikanieren im Kopf. Bedeutung, eine Person in der Öffentlichkeit, also in Klammern, terrorisieren, gegen sie integrieren oder sie mobben, auch mit unnötigen Aufgaben, schikanieren, quälen, sinnverwandte Wörter, drangsalieren, intrigieren, karnifeln, mobben, piesacken, schinden, sekieren, terrorisieren, tyrannisieren. Irgendwie in einer Bar oder so und ein Kumpel von dir oder wer auch immer schlägt dein Getränk aus der Hand so um dich zu schikanieren. Das ist einfach unnötig gerade gewesen aber du hast halt den Stress, dass du halt kein Getränk mehr hast. Ja, aber also so wie es hier klingt, ist es halt echt schon nochmal härter als ich. Guck mal. Und Schikanen quälen, ärgern, die Rekruten bis aufs Blut schikanieren. Also schikanieren klingt für mich irgendwie so unschuldig. Nee, muss es nicht sein. Es kann auch richtig Mobbing sein. Genau. Jedenfalls gibt es diese Videos von beiden Seiten und ich will damit aber kein irgendwie jetzt verteidigen von den beiden Seiten. Es sagt nur, dass es von beiden Seiten Videos gibt und offenbar auch einige verifiziert. Manche könnten auf Forrest-Flag sein und inszeniert, aber es gab jedenfalls ein Video, wo sie gesagt haben, auch die ukrainischen Kräfte haben russische Gefangene schikaniert, aber auch eben irgendwie erschossen. Nun gut. Also Leute, wollen wir noch ein bisschen über die Ukraine reden? Wer ist Positives? Tschernobyl ist zurückerobert worden. Ja. Und siehe da, sie sind ganz erstaunt. Huch, hier ist ja irgendwie jetzt erhöhte Strahlungsgefahr. Sapalot noch eins. Oh Wunder. Ja. Es gab noch die Meldung, dass ein russischer Tanker im Atlantik irgendwie umherfährt mit Gas und Öl und so weiter und keiner dieses Öl kaufen will. Deswegen das Schiff irgendwie jetzt hin und her fährt und ich weiß, wo es hinfahren soll. Witzig. Ja. Ich hatte gerade eine Eingebung. Ja. Jetzt ist ja gerade so die Situation, dass Öl aus Russland und überhaupt Öl generell ist ja umweltmäßig nicht so gut. Wenn man das jetzt kritisiert und musikalisch untermauert, dann könnte das Tankrock sein. Ja, Tankrock. Könnte eine ganz, ganz neue Art von Musik aufmachen hier gerade. Kriegsrock meinst du? Nee, Tankrock. Ja, aber so. Muss halt schon deutsch sein, weil sonst funktioniert es nicht. Tank ist ja dann wieder der Panzer, außerdem heißt Punk ja Punk und nicht Penk. Mhm. Also es muss guter alter deutscher Tankrock sein. Ja. Bei dem man sagt, ey Leute, fahrt elektrisch oder Fahrrad und scheißt auf russisches Gas. Umwelt. Tankrock. Musik, finde ich gut. Würde ich mir anhören. Gut. Schön. Dann gab es noch die Wahlen in Ungarn. Ach, ja. Und der große Wahlsäger war, oh, Überraschung, Viktor Orban, der früher mal als Linker galt, aber inzwischen ein rechter, autoritärer Staatschef ist. Terrorbahn. Und extra haben sich die ganzen anderen Parteien zusammengeschlossen und haben halt irgendwie einen Kandidaten aufgestellt als Gegenkandidaten. Der ist aber wohl weit durchgefallen und es soll wohl jetzt nicht die übelst krassen Wahlmanipulationen gegeben haben, aber der Wahlkampf war sehr unfair, weil Orban durfte irgendwie, weiß nicht, 80 Prozent irgendwie, es gab eine sehr hohe Zahl der Wahlflächen für sich beanspruchen und so war halt wenigstens, also im Vorfeld gab es auf jeden Fall Manipulationen und Schikanen, aber es gab wohl jetzt keine krassen Fälle von Wahlfälschung, weil auch die Menschen tatsächlich offensichtlich zufrieden sind innerhalb des Staates mit Orban. So heißt es. Ganz was Sensationelles, dass die Leute sich von Populisten und wie sagt man, ich will nicht Faschisten sagen, sondern Nazi. Nee, 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 da gibt es ja noch so ein, hier so ein, ne, die starken, ah, die starken, ach, wie sagt man denn? Autogitärer. Genau. Autokrat. Genau, Autokraten. So, dass die sich da einlöllen lassen. Äh, cool, Tino, das ist ja mal was ganz Neues hier, dass irgendwie... Die Rechten sind ja auch wieder im Vormarsch, auch in Frankreich, mit hier, Front National, mit Le Pen, Le Pen, Le Pen, der Stift. Äh, ja, die werden wahrscheinlich wieder jetzt Einzug bekommen, die rechten Parteien in Europa, aufgrund der Corona-Maßnahmen, auch weil viele unzufrieden sind. Und du hast gerade gesagt schon, dass sich die mit Menschen blenden lassen, ist ja auch in Russland nichts anderes, ja, dass die ja auch einfach echt nicht wissen, was gerade passiert, so richtig in der Ukraine, deswegen sie hinter dieser Invasion stehen. Das wird ja so ein bisschen unser Endgame hier, dass, äh, also so wird vermutet, dass so Russland und China, so autoritäre Staaten sich halt groß verbünden gegen Demokratien und das so, weißt du, das, das Final Battle wird und dann beginnen die, die Klimakriege, wir freuen uns alle. Lass mal über was Fröhliches reden, es ist ein Video viral gegangen auf Reddit mit einem Mann, der hat Erdmännchen, er hat ein Erdmännchen auf dem Kopf. Oh, echt? Und da ist mir wieder aufgefallen, wie geil Erdmännchen sind, Alter. Ja, spätestens seit jemandem Pumper wissen wir das ja. Ja, ich hatte das wieder verdrängt, ich hab die auch mal, ja, Zoo ist scheiße und so, aber ich hab die im Zoo mal gesehen und ich dachte, Alter, was sind das denn, das sind wie kleine Kängurus so ein bisschen. Ja, voll, ne? Übel geil. Wenn die mal den Kopf so, so nach oben machen und sie so umdrehen und hören. Übel geil. Süß. Die sehen auch relativ muskulös aus, wie sie da so stehen, so kleine Bodybuilder, ey, übel geil. Und er sitzt halt da, so im Dreck quasi und ein so ein Vieh steht auf seinem Kopf und guckt sich so um, hat ihn als Aussichtsposten genommen und dann kommen so um ihn rum so vier, fünf andere und hopsen da rum und ich denke so, das ist ja gerade der glücklichste Mensch der Welt, Alter. Als wäre der Mensch ein Berg, ne? So ein Steindings. Ja, das bräuchte Selenski jetzt mal, einfach so ein Erdmännchen auf dem Kopf. Ich glaube, das würde dem gut tun. Oder Putin für seine Propaganda. Auch das, ja. Kuh, klepp mir Erdmännchen auf dem Kopf. Oh. Eine witzige Meldung gab es noch und zwar, das Schiff Ever Forward kommt nicht voran. Noch eine Evergreen, guck mal. Aber es heißt Ever Forward, immer vorwärts, kommt nicht voran. Großartige Meldung. Ja, witzig. Ein Schwesterschiff, der Ever Forward, die Ever Given, steckte im vergangenen Jahr im Suezkanal fest und blockierte damit einen der wichtigsten Seefahrtrouten der Welt. Jetzt ist es halt die Ever Forward selber. Ja, aber die steht halt in offenem Gewässer einfach rum. Ja, im Schlamm. Das ist halt, also wenn es bei uns nicht irgendwie das Klopapier teurer macht, dann interessiert uns das nicht. Soll die ganze Crew auf Deck doch verrecken, solange wir hier billig unsere Lebensmittel bekommen. Aber es wird jetzt alles teurer, ne? Das ist so ein richtiger Satz, ne? Es wird jetzt alles teurer. Aber es ist ja gerade so. Ja, aber das ist so ein Satz einfach. Das ist einfach so ein Satz. Da geht gerade was rum, ne? Nee, also erstens ist das ein Satz, den Rentner andauernd sagen, es wird alles immer schlimmer und es wird alles immer teurer. Ja. Aber was die Rentner vielleicht sich mal ein bisschen reinfräsen müssen in die Scheißgehirn, dass wenn es doch alles immer schlimmer wird, es ja jetzt quasi so gut ist, wie es nie wieder wird und dass man dann die aktuelle Lage so gut wie geht appreciaten sollte. Ja, das ist ja alles richtig. Aber man kann ja ruhig auch mal sagen, es gibt Dinge, die nicht besser geworden sind. Ich habe noch nicht mitgekriegt, dass Dinge, die ich kaufe, die eh meistens im Angebot sind, teurer werden. Aber ist okay. Ich schon. Paprika zum Beispiel. Na, die schwankt ja eh. Paprika war, ich glaube, es war wegen der Evergiffen. Kann sein. War Paprika teilweise bei 6, 7 Euro. Das war krass, ne? Ich war an der Kasse, habe echt nur Paprika gebraucht, weil ich noch was vergessen hatte und vor allem war es bei 7 Euro und ich dachte, es war eine Freundin von mir an der Kasse, ich meine, sag mal, was ist denn da los? da ging mal irgendwas falsch und die meinte, nee, nee, die kosten gerade so viel. Ich dachte, was? Da kaufe ich die jetzt nicht. Da habe ich die da stehen gelassen, die Paprika. Und ich dachte, nö. Da habe ich gedacht, das ist mir nicht wert, hier. Ja, aber sonst auch die Sachen, die ich so festkaufe, habe ich auch nichts gemerkt, muss ich sagen, aber kann ja noch werden. Man merkt es, also ich habe es gemerkt bei den ganzen Pizza- und Dönerläden in Weimar, dass die immer teurer werden, dass sogar jetzt Munzur ihre Preise erhöht haben. Die haben sogar noch so ein Schild aufgestellt irgendwie, auch wir kommen nicht drum rum, irgendwie über die Preiserhöhung der Rohstoffe und so. Also ich merke es schon überall. Ja, aber ich glaube, das ist ein kleiner Trick auch. Von wem? Von Munzur? Naja, wenn dieses Narrativ hier von Leuten wie dir gesponnen wird, alles wird immer teurer, dann bin ich als Chef von einem Laden so, oh ja, warte mal, die Leute sagen, alles wird immer teurer. Naja, eigentlich sind die Rohstoffe für Kinder-Bueno nicht teurer geworden, aber ich, mach einfach mal 10% drauf, weißt du? Naja, gibt es schon, aber es ist ja jetzt kein, kein irgendwie erfundenes Narrativ. Es ist ja einfach so, dass ich sehe, dass Dinge teurer werden. Und wo das herkommt? Keine Ahnung. Klar, bei diesem ganzen Erdöl, bei diesem ganzen Benzinzeug, da stimmt es, da ist es viel mit Spekulationen und die ganzen Rohstoffhersteller so, die machen das teurer und nicht unbedingt jetzt der Markt an sich, aber es gibt Dinge, die teurer werden. Wir können ja der Sache einfach gegenhalten, indem wir zum einen, das ist ja zumindest passiert, dass, na, wie sagt man, den Mindestlohn anheben und zum anderen das bedingungslose Grundeinkommen einfach einführen, wie Richard David Brecht plädiert hat in Weimar, diese Woche. Aber nur in Weimar, das Grundeinkommen. Nur in Weimar. Ja, so Richard David Brecht plädiert in Weimar für Grundeinkommen. Ich auch, seit Jahren schon. Scheiß auf alle anderen, Hauptsache wir haben sie. Hauptsache nicht Erfurt. Ja, also unser Podcast-Kollege war in unserer Stadt, ohne mit uns eine Folge, ohne mit uns eine Folge aufzunehmen. Du bist so voreingenommen, was das eingeht. Nein, ich bin nach eingenommen. Das ist Bashing. Das ist Bashing. Und dann ist das auch noch negativ gefärbt, weil du Markus Lanz noch weniger leiten kannst. Es geht. Aber der hat, der hat also Grundeinkommen. Jeder, der dafür ist, hat bei mir erstmal einen Fuß in der Tür. Was, wenn Hitler jetzt kommen würde, würde sagen, Grundeinkommen ist geil, auch nur für Deutsche. Dann würde ich sagen, so machen wir es, aber machen wir bitte keine Judentot. Ja, da hat er recht erbrecht. Also es ist ja nicht so, dass ich ihn irgendwie hasse und sage, er macht alles falsch, was er jetzt sagt, aber ich finde ihn unsympathisch. Aber da hat er recht. Grundeinkommen für alle. Ja, ich glaube, ich weiß nicht. Ich würde sagen, Grundeinkommen zuerst für Podcaster, um es mal zu testen. Dann kommen wir nach zehn Jahren sagen, Dann können wir im Podcast sagen, ja, ist gut. Ja, machen Bericht jede Woche. So läuft es dann. Ja. Wäre mein Wunsch. Ja, schön, dass er unsere Stadt besucht hat. Nicht so schön, dass er mit uns nicht mal irgendwie eine Folge aufgenommen hat, aber na gut. Noch mehr Uplifting. Die Ärzte veröffentlichen jetzt nochmal ihre letzte Single des Albums und zwar Dunkel wird die letzte Single werden. Sie haben auch schon geschrieben, die letzte Single macht das Licht aus und da kommt jetzt die Tage, glaube ich, sogar schon ein Musikvideo. Und gibt es da nicht irgendwie auch eine neue B-Seite noch, die heißt, ganz komisch, Schuld sein oder Schuld irgendwas. Ich guck mal. Am 29. April erst. Okay, doch nicht. Also jetzt hier gerade vorbestellbar. Wo kann man das denn einsehen? Bei Amazon vielleicht? Ich habe, ich habe Inside-Informationen. Also da kommt eine B-Seite, die irgendwie einen ganz komischen Namen hat. Wieso Inside? Muss man doch irgendwo nachlesen können. Tja. Egal, lassen wir uns mal überraschen. Doch hier. Schuld selber. Schuld selber. Du wärst der Insider von Amazon, was? Genau. Schuld selber. Boah, was zur Hölle ist das für ein Name? Das ist ein Felsenheimer Song, also ein B-Larsong. Aber können wir uns auf jeden Fall nochmal quer verweisen auf unseren letzten Ärzte-Podcast, den wir mit Herodes zusammen gemacht haben. Da ranken wir alle Alben. Hört da gerne mal rein, wenn ihr was für diese Band übrig habt, so wie wir. Ja, dunkel. Da heißt vielleicht so, die B-Seite heißt vielleicht so, weil alle Songs nur einen Titel haben, bis auf den letzten Song. Und deswegen halt Schuld selber gemacht haben. Aber wo es dann vielleicht geht, selber Schuld, selber Schuld. Ja, aber selbst Schuld wäre dann vielleicht doch ein besseres Wort. Aber scheiß drauf. Vielleicht ist es eine Parodie auf deine Schuld. Fände ich cool. Das wäre witzig, ja. Aber was ich sagen wollte, dunkel, mag Herodes nicht so. Ich finde ihn eigentlich ganz nice. Ich finde halt den Text super larifari. Aber, Moment, kleiner Haken noch dazu. Die Melodie, die geht halt rein. Es ist so ein bisschen so Kinderlied-mäßig, aber feiere ich. Und jetzt, Leute, die irgendwas dafür übrig haben, hört euch dunkel mal an, unter dem Gedanken, dass es aus der Sicht geschrieben ist, einer Todgeburt. Kanneke-Fick-Musik. Das ist nicht der Song. Ach, du meinst nicht das Album? Meine Eltern sahen schwarz, meine Eltern bringen mich zum Arzt und so. Es ist höchstwahrscheinlich nicht so, aber der Text wird so viel interessanter, wenn du diesen Gedanken hast, dass entweder eine Abtreibung oder halt eine Fehlgeburt das quasi singt. Das ist ja, das Medium-Lied kann ja sowas, so eine unusual Perspektive einnehmen. Und dann wird es sehr viel geiler, weil die Eltern sehen, die Ärzte sehen schwarz und die Eltern machen sich Sorgen und oh mein Gott und nein und sind verzweifelt, ja. Und die weinen und fangen an zu schreien und so. Und dann ist das richtig geil. Okay. Ohne Spaß. So. Ein Tipp von mir, hört es euch mal rückwärts an und stellt euch mal vor, es wäre klingonisch und die würden davon singen, wie toll eigentlich der Weltfrieden ist. Mhm. Dann ist der Song nochmal viel geiler. Ja, magst du den oder? Dunkel, ja. Ja, gut. Dann sind uns ja einig. Äh, wir müssen noch über die Impfpflicht sprechen, die wurde abgehakt. Mhm. Äh, ich spüre kurz zurück, wer auch schwarz gesehen hat, war Karl Lauterbach. Ach so. Der wollte nämlich die Impfpflicht einführen. Erst ab 18, ist aber gescheitert, knadenlos im Bundestag. Was für eine Impfdiktatur, ne? Und dann haben sie am Donnerstag nochmal abgestimmt über die Impfpflicht ab 60. Die wurde auch abgelehnt. Ja, also war relativ klar, oder? Gerade jetzt in dem Szenario, dass da eine Variante von Corona grasiert, die nicht mehr so tödlich ist und so und die Hospitalisierungsrate nicht krass ansteigt und sowas. Da wäre es irgendwie jetzt ein bisschen komisch gewesen, wenn gerade jetzt die Impfpflicht kommt und nicht irgendwie als es richtig schlimm war, sag ich mal. Das Schlimme ist ja, dass sie die Maskenpflicht aussetzen und dann aber irgendwie die Impfpflicht einführen wollten. Das finde ich das Signal, das komisch ist. Ja, da wurde ja auch seitens Lauterbach irgendwie nachts um drei zurückgerudert. So, äh, ja. Ja, aber ich weiß nicht. Ja, Isolation, genau. Selbstisolation soll nicht mehr, weil die Gesundheitsämter wünschen sich das und dann, äh, nee, wäre doch falsches Signal. Lassen wir mal. Das ist halt auch irgendwie ein bisschen, ich meine, besser als es nicht zurückzurudern, finde ich, weil, also, keine Ahnung, wenn die Leute irgendwie hoch, wenn das wirklich so ein Superspreader ist, auch wenn es halt nicht tödlich ist, wenn du halt 100 Leute ansteckst, die dann am nächsten Tag irgendwie, oder nicht am nächsten Tag, aber ein paar Tage später alle irgendwie brach liegen, das ist ja dann auch nicht gut für deren Arbeit und vielleicht haben die auch keinen Bock, eine Woche krank zu sein, so wie ich. Und auch wenn nur einer stirbt von den 100 Jahren, ist auch schon scheiße. Und ich muss sagen, äh, was aber auch schon Millionen mal gesagt worden ist, Lauterbach, wenn er zurückrudert, das ist ja auch irgendwie ein Zeichen davon, dass man irgendwie auch stark ist und sagt, okay, ich habe einen Fehler gemacht, ich nehme ihn zurück, während andere Ministerinnen und Minister in den letzten 100 Jahren ihre Sachen durchgedrückt haben, aus Angst irgendwie zu scheitern oder als inkonsequent zu gelten. Aber ich finde, gerade als Politiker musst du inkonsequent sein. Wenn du merkst, die Gegebenheiten ändern sich oder das, dass ein Fehler gemacht, dann muss man eben dafür sorgen, dass man es zurücknimmt. Und ich finde das echt gut. Was ich auch gut finde, ist, dass Nestlé jetzt scheinbar doch Essen als ein Basic Right, ein Grundrecht ansieht. Denn Nestlé hat gesagt, ey, wir sind jetzt weiter noch in Russland, denn Essen ist ein Grundrecht. Trinken vielleicht nicht so viel. Ja, ja. Also wenn sie jetzt quasi ihre Einnahmen verteidigen müssen, da ist Essen dann auf einmal ein Grundrecht. Außerdem wollte ich zumindest kurz erwähren, dass Jack White ein neues Solo-Album veröffentlicht hat. Fear of the Dawn. Und das geht echt straff nach vorne. Das ist das White's tribe-sickste Album, seit er angefangen hat, als Solo-Künstler zu agieren. Und das finde ich sehr gut. Ich mag ja dieses Simple, dieses sehr, ja, nicht monotone, aber schon... Reduziert ist auch das Wesentliche, ne? Ja. So, und das ist halt jetzt hier zumindest melodisch auch, obwohl es halt sehr ausgeschmückt ist. mit verschiedenen Sachen, aber da kann man auf jeden Fall mal reinhören, wenn man sich für sowas interessiert. Das ist auf jeden Fall sein bestes Solo-Album bisher. Das scheppert richtig. Mich holen beide Seiten ab. Ich finde sowohl diese ganz einfachen, gehaltenen White's tribe Songs richtig nice. Gerade dieses, wie ist das Album nochmal mit hier? Elephant wahrscheinlich. Elephant, genau. Ich finde es nice, dass man echt nur alles auf dem ersten Mal irgendwie hört, was da ist, so reduziert. Aber ich mag auch so Musiker oder Bands wie Muse zum Beispiel. Die sind ja überproduziert, ja, mit tausend Playalongs und Background-Gesängen und so und Harmonien ohne Ende. Ich mag es auch, wenn du irgendwie jedes Mal was Neues entdeckst beim Hören. Ich finde beide extrem. Ja, mag ich selten. Also wenn es darum geht, so richtig überladene Sachen, da finde ich Electric Light Orchestra mit Abstand am besten. Auch gut, ja. Aber an sich mag ich es lieber so schlichter. Das erste Album von Blood Red Shoes ist auch so sehr White Stripes-ig. Das ist einfach geil, Alter. Deswegen mag ich halt auch lieber Tee, weil das halt auch so in diese Richtung geht. Ja, stimmt, stimmt. Und letzte Meldung von mir zumindest. Ich habe jetzt gestern endlich WrestleMania geschaut. Ja. Und es gab ja das große Unified-Match zwischen Roman Reigns und Brock Lesnar. Das sind ja die großen Stars gerade. Brock Lesnar war WWE-Champion, Roman Reigns war Universal-Champion. Das sind ja die beiden World-Title quasi von den beiden Shows. Und die wurden jetzt quasi zusammengeführt. Das heißt, der Gewinner bekommt beide Titel und dann wird das wieder zu einem Champion gemacht. Es gibt nur noch einen World-Champion bei der WWE. Und dann gab es einen erbitterten Kampf zwischen Roman Reigns und Brock Lesnar. Und Roman Reigns gewann durch einen Tiefschlag, als der Referee gerade außer Gefecht war. Unten im Spear und Brock Lesnar wurde besiegt. Eins, zwei, drei, Roman Reigns ist jetzt, auch wenn es viele nicht mögen, der World-Champion. Aktuell, ja. Ich fände es besser, wenn Roman Polanski der World-Champion wäre. Witziger, ja. Aber nur kurz dazu als Background. Roman Reigns ist ein Wrestler, der ist sehr limitiert in seinem Moveset. Den fanden viele sehr langweilig. Sollte als Topstar durchgedrückt werden. Aber wurde aber immer Ausgebot von den Leuten, weil er jetzt einfach so langweilig ist. dann hat er Leukämie bekommen, musste pausieren. Ach so. Leukämie kam zurück. Er kam wieder und er hat diese Promo gemacht, also ein Statement gemacht von wegen, ich habe Leukämie, ich muss erst mal aufhören für ein paar... Und jetzt ist es auf einmal cool. Dann war es so, thank you, Roman. Dann haben alle applaudiert und ihn übelst gefeiert. Dann kam er wieder nach acht Monaten nach der Therapie irgendwie, nach der Chemotherapie. Dann hat er übelst ausgefeiert. So, ja, er ist zurück. Glückwunsch. Und Woche für Woche hast du gemerkt, oh, er wollte nicht besser im Ring. Ja. Deswegen ging er wieder an, ihn auszubuhnen. Und die Chefs der WWE wollten ihn unbedingt aber durchdrücken als Riesenstar und dachten, halt, wir haben einen riesigen Fehler gemacht. Wir müssen ihn einfach als Bösen darstellen. Dann ist das Buhnen ja wieder voll legitim. Es ist seit einigen Jahren schon der Bösewicht quasi mit Ausgebot. Alle sind zufrieden. Schön. Und er kann trotzdem der Topstar sein, weil er der Bösewicht ist. Und ja. Das klingt wie die Geschichte von Bruce Willis, die jetzt sehr heiß diskutiert wird unter den ganzen Filmkritikern, dass der ja in den letzten fünf bis zehn Jahren nur noch Scheiße gemacht hat. Jetzt kommt raus, oh, der hat Gedächtnisverlust und kann nicht mehr ordentlich reden. Hatte Knöpfe im Ohr und so. Also war auch eigentlich so ein bisschen offenes Geheimnis, aber jetzt gab es halt so ja, den Karriere aus. Und jetzt heißt es auf einmal die ganze Kritik ist nicht in Ordnung gewesen. Dass man sagt, der Film ist scheiße, weil der arme Mann, der arme Mann. Das ist doch scheiße. Die Filme sind weiter Dreck. Und wenn der, also der hat ja auch tausend Leute um sich, die sagen können, das ist nicht gut, wenn du da mitmachst. Oder so. Die haben den noch gebucht, damit die irgendwie ihren Film verkaufen können. Hauptsache Bruce Willis ist dabei. Wie er jetzt spielt, ist er völlig nachrangig. Und er war jetzt nie der riesen Schauspieler, mal ehrlich gesagt. Ja, aber war schon ein geiler Typ. Er war halt ein Charismatiker so. Das ist ein bisschen wie Sylvester Stallone oder Arnold Schwarzenegger. Mit Stallone bin ich tatsächlich nie warm geworden. Ich weiß nicht warum. Nee, aber alle scheiß Schauspieler, aber die hatten halt eine Präsenz. Und waren irgendwie coole Typen, wurden immer gut inszeniert in ihren Filmen. Wobei ich sagen würde, unter den dreien, die du jetzt genannt hast, ist Bruce Willis noch der Beste gewesen. Ja, klar. Also in seiner Primetime auf jeden Fall. Aber diese ganzen Actionstars sind noch alles keine guten Schauspieler, wenn du mal ehrlich bist. Ja, da gab es schon Momente, komm. Der ist immer. Auch Hitler hatte seine Momente. Ich möchte an dieser Stelle das fünfte Element erwähnen. Ich glaube, das ist mein Lieblingsfilm oder mit Bruce Willis in der Hauptrolle. Ich war noch mal überrascht von John Travolta. Der hatte mitgespielt in The People vs. O.J. Simpson, das ist so eine Miniserie auf Netflix. Da war Travolta richtig geil als Anwalt. Also richtig gut. War es John Travolta? Ich glaube schon. Ich muss kurz gucken. Nicht, dass ich jetzt die Scheiße erzähle. John... Naja, also was ich sagen wollte, Bruce Willis kann ja jetzt vielleicht nach Kanada auswandern, denn dort ist jetzt bald der Assisted Suicide for Mentally Ill erlaubt. Oh, das ist... Ja, okay. Nee, aber das... Oh, oh, oh. Nein. Nein, 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 nein. Das wurde auf jeden Fall auch heiß diskutiert, aber ist eine nette Sache. Ja. Wobei ich nicht ganz weiß, wie das dann genau abläuft, aber die werden das schon kriegen. Hä? Kriegen die schon hin? Ich meine, also Mentally Ill, da sind ja auch teilweise Leute, die vielleicht nicht normalerweise konsenten könnten. Mhm. Und die dürfen aber jetzt oder Steuvertreter... Das ist ein großes Streitthema. Also es gibt ja auch immer die... Klar, es ist auch wieder anekdotisch, es gibt ja auch Fälle von Leuten, die erst sich umbringen lassen wollten, die dann nach der Therapie gesagt haben, gut, dass ich es nicht gemacht habe, so, ich war in einem völlig falschen Zustand, ist halt die andere Seite. Ja, also gut, es geht hier um Mentally Ill. Also bei Sachen, bei Terminal Ill, ja, die wirklich irgendwie eine unheilbare Krankheit haben oder übelst leiden jeden Tag, da finde ich, das sollte überhaupt gar keine Debatte sein. Ja, voll, voll. Und bei der Sache halt, jetzt ist es nur schwierig, wie stellt man das fest, dass das wirklich so 100% der in eigener Wille ist. Aber ja, das ist trotzdem eine gute Sache. Selbst depressive Menschen, die suizidal sind, auch die können ja nach ein paar Jahren wieder merken, dass sie Spaß am Leben haben und froh sind, es nicht gemacht zu haben. Ich glaube auch nicht, dass das so ein Termin beim Friseur ist, wo man einen Tag sich anmelde, den nächsten Tag wird da Lichtschalter ausgemacht. Nee, sicher nicht. Das wird schon trotzdem ein Prozess sein. Ja, so McDrive, weißt du? Ja. Nee, die fahren dann alle nach Butscha einfach. Oh. Die würden aufhören. Wir sollten an dieser Stelle aufhören. Ich glaube, ich habe auch das Wichtigste erwähnt. Ah ja, ja, Attack on Titan habe ich noch diese Woche fertig geguckt. Gut, guckt euch mal an. Boris Becker. Beziehungsweise die letzten Folgen kommen erst Anfang nächstes Jahr. Ich kotze. Boris Becker muss ins Gefängnis. Finde ich gut. Keine Ahnung warum. Wahrscheinlich Steuer in der Ziehung oder so. Ach so. Und jetzt gibt es Brown. Ach, na klar. Ketanji Brown Jackson, natürlich. Wie ihr Name schon sagt, ist ja halt eine schwarze Richterin, die jetzt im Supreme Court ist. Ja. Richtig gut. Deswegen heiße ich ja auch Robin Arisch. Auf Lebenszeit. Ähm, ja. Nee, ja, das ist schön. Unter sehr viel Buchrufen der Republikaner wurde sie allerdings in den Supreme Court reingewählt. Nur weil sie schwarz ist? Wurde sie ausgebucht, oder? Weil jeder, der von Demokraten vorgeschlagen wird, natürlich schlecht ist. Ach so. Das ist halt so ein Prinzip Ding. Also es würde mich so zermürben, in Amerika zu wohnen. Und da dieses, also haben wir hier auch teilweise, aber ganz finster. Aber wollen wir nicht über Amerika reden und die Leute langweilen? Gehen wir auf eine Fünf? Eine Fünf nur? Bist du wahnsinnig? Da wurde ein Dorf abgeschlachtet. Ach nicht, ja, ich sehe auch gerade nochmal Tel Aviv hier. Ja, okay, du hast recht. Ich habe jetzt gerade nur geschaut. Das Dorf Tel Aviv wurde auch teilweise abgeschlachtet. Ich schaute gerade nur hier auf Will Smith und auf Herero. Ja gut, komm, dann geh mal höher. Was schlägst du vor? Und Richard David Precht war in unserer Heimatstadt. Ja. War ich auch. Also es muss schon auch mindestens eine Acht sein. Tut mir leid. Ja. Ja, von mir aus gehen wir ein Sieben, Fünf, aber der fucking Dorf abgeschlachtet, Alter. Ja, das habe ich gerade nicht mehr auf dem Tel Aviv gehabt. Was ist das für eine Scheiße? Können die Russen sich mal irgendwie runterfahren, ey? Lass Acht machen. Das geht mir auf den Sack. Kriegsverbrechen, das stimmt. Das ist nichts. Dreck, Alter. Ja. Lasst euch mal was Neues einfallen irgendwie. Scheißt den mal irgendwie vor die Türen. Das wäre mal wieder eine Meldung wert, weißt du? Das wäre mal was Kreatives. Aber Leute foltern und töten, Alter, das ist doch einfach nur noch langweilig. Lass die Scheiße doch mal. Ja, mal eine Kettenmail schicken oder so an die Ukrainer und sagen, wenn ich weiter schicke, dann invasieren wir euch oder so. Ein paar Span-Mails an Zelensky. Da wird er richtig verzweifelt. Aber so geht gar nicht. Dreck, Alter. Meine Meinung. Mann, das geht jetzt auch einfach schon viel zu lange. Das ist jetzt irgendwie fast sechs Wochen. Ja. Es reicht, Leute. Es reicht. Geht heim. Hier ist nochmal eine Meldung von Neon irgendwie. Russische Gefangene erschossen. Urenische Soldaten flippten wohl eigenes Kriegsverbrechen. Gibt's eben auch. Darf man nicht vergessen. Alles blöd. Ja, jetzt hat er noch schön die russische Gewalt relativiert gegen Ende. Nein. Jetzt ist ein guter Zeitpunkt. Oh, die Musik ist so laut. Tschüss. Habe ich nicht gewagt. Die Russischen machen mindestens das Gleiche. Mindestens. Sie invaden. Sie invaden. Die Russische Ja. eler Untertitelung des ZDF für funk, 2017